Unsere Entwicklung hat mir hier zwei Produkte gegeben, die total gleich aussehen, aber angeblich ganz anders sein sollen. Ich muss mir da mal einen Experten für einladen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Fritz Talk, wo wir uns zwei Produkte, die sich sehr ähnlich aussehen, aber doch sehr unterschiedlich sind, mal genauer anschauen. Es geht um die 7530 AX und da freue ich mich, dass der Produktmanager da ist, nämlich Lin. Grüß dich Lin. Hi Con. Wir steigen auch mal direkt ins Thema ein, denn du hast uns die neue Fritzbox 7530 AX mitgebracht, also WiFi 6 jetzt auch für DSL. Wir haben ja auch eine 7530 ohne AX, die vergleichen wir auch gleich mal. Wir packen sie aus, aber wir haben ja mit der Fritzbox 66 Cable schon ein WiFi 6 Produkt, eine ganze Weile für den Kabelanschluss. Warum hat es denn bei DSL jetzt ein bisschen länger gedauert? Im Kabelbereich erreichen wir mittlerweile eine Internetgeschwindigkeit von 1 Geabit. Es gibt ja diverse Tarife von Provider. Mit dieser Geschwindigkeit und es bietet sich einfach an, dass wir zeitnah ein Produkt anbieten mit entsprechender WLAN-Performance, um auch diese Internetgeschwindigkeit im Heimnetz durchzuleiten. Bei DSL haben wir durch VDSL Supervectoring eine Geschwindigkeit von 300 Mbit maximal und das könnten wir problemlos auch durch ein AC-Produkt bedienen. Und daher kam das DSL-Produkt mit AX etwas später. Aber VLAN-AX, also WiFi 6, kommt jetzt ja immer mehr und jetzt also auch für DSL. Wenn ich mir jetzt die 7530 und die 7530 AX mal so angucke, dann sehen die in der Tat komplett identisch aus. Aber was sind denn jetzt da genau die Unterschiede? Die 7530 AX, wie der Name schon suggeriert, ist eine Variante von der 7530. Die 7530 war und ist bis heute ein sehr beliebtes Produkt bei unseren Kunden. Und da hat einfach das Pricing und der Funktionsumfang einfach gut gepasst. Und genau da setzen wir an. Wir übernehmen ein erfolgreiches Produktkonzept und machen es besser, indem wir das neue WLAN-Standard WiFi 6 unterstützen. Wir haben ja von den Anschlüssen her, wenn ich mir die 7530 angucke, also wir haben DSL-Telefonie einmal hinten auch an der Seite. USB ist mit dabei und die 4 Gigabit LAN-Ports. Und das ist äußerlich bei der 7530 auch genau das gleiche, wenn ich das richtig sehe. Genau. Äußerlich bleibt fast alles das Gleiche. Das Gehäuse ist gleich, die Tasten sind gleich, auch die Anschlüsse sind gleich. Aber im Inneren hat sich sehr viel getan. Die 7530 AX wurde auf einer komplett neuen Hardware-Plattform gebaut. Die ist noch leistungsstärker als die 7530, bietet noch mehr Reserven an. Und der große Unterschied ist natürlich, dass WLAN AX verbaut mit insgesamt drei Antennen auf 5 GHz. Das WLAN gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, vor allem in der Oberfläche. Zu den LAN-Ports noch eine Frage. Die 7530 hat ja vier 1 Gigabit LAN-Ports. Die 6660 Cable hat ja auch einen 2,5 Gigabit LAN-Port. Den hat die 7530 AX jetzt aber nicht, oder? Nein. Wir haben uns dazu entschieden, vier Gigabit LAN-Ports bei diesem Produkt zu nutzen. Es gibt verschiedene Argumente dafür. Eins davon ist, bei DSL haben wir durch Supervectoring eine maximale Geschwindigkeit von 300 Mbit. Und das kriegen wir im Heimnetz super wunderbar durchgeleitet. Im WLAN haben wir zwar eine Bruttodatenrate von 1800 Megabits mit der 7530 AX. Allerdings im Netto werden wir circa Pi mal Daumen je nach Umgebung ein Gigabit bekommen. Und das kriegen wir problemlos durch die Gigabit-Stelle durchgeleitet im Heimnetz. Zusammengefasst, alles was die Box irgendwie empfangen kann, ob nun aus dem Internet oder über WLAN, kriegen wir über ein Gigabit auch locker raus. Also dafür reicht es. Wenn ihr intern natürlich da irgendwie Highspeed-Verkabelung braucht, könnt ihr natürlich auch einen 10 Gigabit-Switch anschließen. Dem steht ja nichts entgegen. So, bei der große Knaller ist ja WiFi 6, WLAN AX. Und das gucken wir uns auch mal an. Dafür gehen wir mit der Oberfläche, denn wir haben ja hier die 7530 AX schon am Start und ein paar Geräte angemeldet. Schauen wir mal, wie das in der Oberfläche aussieht. Die ist an sich ja genau die gleiche wie bei der 7530 AX. Es hat sich ja vor den Anschlüssen ja nichts geändert. Aber wenn ich jetzt in Funknetz gucke, dann fallen hier doch ein paar Sachen auf. Und man kann sich ja sehr schön hier nach Datenrate sortieren. Und da sind zwei Geräte oben, die deutlich rausstechen. Denn was ist da los? Genau, wir sehen hier relativ deutlich, das Gerät Livestream und das iPhone hat eine Datenrate von über 1 Gigabit. Und in den Eigenschaften sehen wir, die beiden Geräte sind über WiFi 6, also WLAN AX, mit der Box verbunden. Aber ich sehe, mein iPhone, das hat da nur eine 6 stehen. Ist das kaputt? Muss ich mir da irgendwie Sorgen machen? Nein, das iPhone ist nicht kaputt. Es liegt an einem Neuaushandlungsprozess zwischen Basis und Client, was mit WiFi 6 neu dazugekommen ist. Bei diesem Prozess sagt die Basis dem Client, wenn du jetzt nichts gerade sendest, wenn du nicht aktiv bist, dann leg dich erst mal zur Ruhe. Und das äußert sich dadurch wieder in den Upstream. Wir sehen jetzt ja hier jetzt gerade nicht, aber gerade eben haben wir eine 1200 gesehen, also 1200 Megabit pro Sekunde. Du hast die 1800 vorhin angesprochen, aber ich sehe ja hier hinten auch, dass die nur mit zwei Antennen verbunden sind. Das heißt, die dritte wird aktuell noch gar nicht genutzt. Genau, also die maximale Datenrate über eine 7530 AX ist 1800 Megabits mit drei Antennen. Und die aktuellen Clients auf dem Markt, die auf dem Markt erhältlich sind, wie beispielsweise iPhone, funken nur mit 2x2. Und da könnten die 1800 noch nicht ausgeschöpft werden. Und auch AC-Geräte, also WiFi 5-Geräte, die mit drei Antennen funken, würden ja dann an der 7530 AX eine höhere Geschwindigkeit erzielen als an der 7530. Genau, die hat ja nur zwei Antennen. Und das bringt mich jetzt aber zu dem Punkt, wenn ich jetzt vor der Entscheidung stehe, 7530 oder 7530 AX, was wäre denn so der Grund, warum ich mich für eine AX entscheiden sollte? Das ist eine recht individuelle Frage. Wenn ich jemand wäre, der zu Hause wenige Clients hat, vielleicht nur ein Fernseher, ein, zwei Handys, und ich habe nicht vor, in Kürze jetzt eine Anschaffung zu tätigen, die WiFi 6 unterstützt, dann kann ich auch auf eine 7530 zugreifen. Wenn ich aber zu Hause sehr viele Clients habe, weil ich mehr Kinder habe, weil wir im Haushalt sehr viele WLAN-Geräte haben, und weil wir vielleicht zu Hause auch sowieso die aktuellsten Smartphones haben mit der AX-Unterstützung. Ich glaube, das erste Gerät kam im März 2019 raus, das war eine Samsung S10, und das konnte schon WiFi 6. Wenn ich solche Geräte habe, dann würde ich beim Kauf einer Fristbox dann auf die 7530 AX zugreifen. Der Vorteil von AX ist nicht nur die hohe Bandbreite, sondern auch mit dem neuen WLAN-Standard sind ja auch neue Features dazugekommen. Zum Beispiel ist die geringe Reaktionszeit im WLAN ein bisschen davon. Also zum Beispiel für Gaming, ganz wichtig. Genau, genau. Oder auch neue Aushaltungsprozesse, wie eben schon erwähnt, dass die Akkulaufzeit von den Endgeräten auch noch verlängert werden kann. Also für die Zukunftssicherheit würde ich dann auf die AX-Variante setzen. Und falls ihr gucken wollt, wir haben ja auch einen Fritz-Talk zu WiFi 6 an sich gemacht, könnt ihr euch auch gerne nochmal angucken, die Vorteile von WiFi 6 nochmal anschauen. Wenn ich jetzt aber doch sage, ich bin eher der Typ, der da seine zwei Geräte hat und Hauptsache Internet geht, ich nehme die 7530. Jetzt gibt es ja auch die AX-Variante, muss ich mir jetzt Sorgen machen, dass ich da keine Updates mehr kriege? Wird die abgekündigt, wird die abgelöst? Nein, die AX-Variante ist kein Ersatz für die 7530. Beide Produkte wären parallel im Laufen. Das heißt dann auch wiederum, dass die Entwicklung von der 7530 weiter vorangetrieben wird. Es wird auch Updates und Support noch lange dafür geben, weil, wie gesagt, das ist ein sehr beliebtes Produkt, sowohl bei unseren Partner, die Provider, als auch bei unseren Endkunden. Sehr beliebtes Produkt und deswegen werden wir auch noch sehr lange Updates dafür machen. Zusammengefasst mit einer 7530 macht ihr prinzipiell nichts falsch, aber bei der 7530 AX, wir haben leistungsfähigere Hardware, wir haben eine Antenne mehr, also Pi mal Daumen 50% mehr WLAN und den neuen WLAN-Standard drin. Das heißt, gerade wenn ihr so ein bisschen Richtung Zukunft investieren wollt, dann ist die 7530 AX sicherlich der bessere Griff. Linden, vielen Dank, dass du da warst und uns das Produkt mal näher gebracht hast. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann wie immer schreibt sie einfach unten in die Kommentare rein, wir beantworten die gerne. Und denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke reinzuhauen, damit ihr auch unseren nächsten Fritz Talk nicht verpasst. Wir machen jetzt noch unser Foto. Ich sage an der Stelle schon mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.